Entschuldigung. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Das verschwert die Dinger. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Wenn nur alle meine Schüler so geschickt wären. Schlecht für den Anfang. Du teilst aus. Applaus, okay. Lachen ruhig aus. Lachen aus. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Hufflepuff. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich habe noch Plätze. Freie Umkontrolle. Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache. Aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut. Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Selo ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Dankeschön. Ich bin immerhin nicht. Na gut. Das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Können Sie mal aufhören, mir dazwischen zu quatschen. Ich bin immerhin Besitzer des magischen Kochlöffels. Also so nicht. Ja. Ha. Jetzt habe ich ein Libi-la-luluzo. Flavi-flavi-flupf-difleuch-difleuch-difleuch-difleuch-difleuch-difleuch-difleuch-difleuch-difleuch-difleuch. Herausforderungen. Handbuchseiten. Ach so, aber. Sag mal noch, genau, kurz auf Handbuchseiten. Abgeschlossen. Sag mal noch zwei Handbuchseiten, abgeschlossen. Belohnung. Ich habe jetzt eine Belohnung gekriegt. Wie jung sind wir denn geworden, Obi? Ja, aber ich war schon immer jung. Du hast ja nur nicht gemerkt. Gepart. Da haben wir doch noch was. Hier auch? Wird gekriegt? Wow. Fall sammeln. Kann man nicht. Ich schließe hier drauf. Ich schließe hier drauf. Schließe drauf. Ich schließe drauf. Ich schließe drauf. Ein Prozent haben wir gerade mal gemacht. Da muss doch hier auch irgendwas drin sein. Wenn das überall, ne? Erscheinungsbild ändern. gegen deren schuhe und macht macht einfach mal so so legt der rand schuhe du kannst du ob das jahrgang wie jungs sind wir denn geworden um die absurde meint mein geburtstag bezogen rechne doch nach hat sich heimlich eingeschlichen dann muss ich ob sie ihn zurück sind will ich nicht da haben wir doch aber er tut sich nichts die brille hat sich verändert ja das ist aber nur so aber 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 die die hat einen mehr oder die erst nur level 1 dies hässlich die will ich nicht die will ich behalten sonst haben wir nichts mehr ich kann das erscheinungsbild ändern wir haben das haben wir angelegt brauchen wir nicht erscheinungsbild ändern ja danke nein das ist ja auch gut aus ich glaube wir lassen den schlapp oder kann man nicht immer nix neues langsam begreif ich wird hier wo ist glauben dass nicht mal seine kapuze kapuze nein verkehrt ich glaube zumindest was ich falsch machen kann der sieht gut aus aber der sieht böse aus ne ja der sieht sehr böse aus nein den will ich nicht da möchte ich den ich bin kein böse nein bist du nicht erst oder normale angucken gibt es nichts neues gold gestrickt ganz eben ein baller nein die goldene sehr gut aussieht das passt gut oder der sieht besser aus böse sein ist doch gut nein warum ist da noch ein ausrufe zeichen frage an den chat warum ist da noch ein ausrufe zeichen warum ich habe doch alles im inventar haben wir nichts sammlungen schauen wir in die sammlungen sammlungen aber gegen der wachschuhe habe ich gekriecht von die brille der unterströmung der kassel und die handwerkszeiten und hochwertig ist vielleicht ist jetzt auch so bezeichnet das ist einer von diesen komischen zauberstab griffen zauberstab griffen aha die haben wir auch alles wird ich glaube ich habe die juka haus das ärgert mich zerstören ausrüsten ich möchte zeichnen jetzt weg warum wir wissen warum da noch ein ausrufezeichen ist erscheinungsbild will ich aber ändern ist das helle so sieht er schön aus warum 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 ein ubi ein ube moin die auch einen wunderschönen guten abend gewünscht warum ich habe alles gemacht ja okay ich will mal die hier haben um die schwarze waren nein keine schwarze grüß dich von dorsten die keine lust mehr ok karte momentan ausröne herausforderungen aufträge herausröte haben wir alle sie will mich veräppeln du lässt mich nicht in die anderen karten waren in karte aber hier will ich noch nichts machen die habe ich angst die weiß ich noch nicht was los ist der alte nahe nein nein bis zurück zurück oh ja vergisst nicht eure pauli punkte einzusetzen darf ich noch mal drinnen ist hier noch was da oben war da noch beschlossene tür gute arbeit interagieren das hat spaß gemacht ein duell für die geschichtsbücher alle werden darüber sprechen auf jeden fall eine gute übung übung das war wie ein duell gegen einen experten ich bin übrigens sebastian cello dafür dass du neu bist bist du aber geschickt mit dem zauberstab aber vielleicht war das ja nicht dein erstes duell die lüge doch war es vielleicht habe ich ein händchen dafür tu nur so aber mich täuscht du nicht magie erfordert willen und talent weißt du du wärst perfekt für eine bestimmte nicht genehmigte duell organisation geeignet klingt aufregend ja exklusiv und ungenehmigt ich bin dabei ausgezeichnet ich hatte also recht wenn du deine zeit in hogwarts voll ausnutzen willst musst du ab und an auch mal die regeln brechen ob du einem geheimen duell club beitrittst oder in die verbotene abteilung der bibliothek schleicht man muss nur schlau genug sein sich nicht erwischen zu lassen danke sebastian ich werde es mir merken gut war schön mit dir zu sprechen wir sehen uns sicher bald vielleicht an einem nicht genehmigten ort dann sehen wir ob du talent hast oder heute nur glück hattest suche beim eingang zum glockenturm nach lucan brettelby wenn du interesse hast dann bis bald habe ich geschenk gekriegt neuer auftrag aber aber wo haben wir den die haupt aufträge aufträge der karte finden die behalten manne ich glaube da laufen ein das ist der hink wird die hink die die ist die 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 die